Servus zusammen und herzlich Willkommen zur 48. Folge von Let's Play on the 2. Onderbussimonate mit mir, eurem Busfahrer Julian Rieser. In dieser Folge zeige ich euch das Add-on Wien 1 aus dem Jahr 2005, weil das Wien 2 Add-on nicht geht, deshalb zeige ich euch das. Wir fahren die Linie 24A, von Invalisen zieht er nach Kalkran und unser Fahrzeug ist der Greffensteier LU200M11 in der Solo-Variante und Fahrzeit dauert ungefähr 25 Minuten. Das Wetter ist Wien, ist schönes Wetter und wir fahren auch direkt los. Das Wetter ist schönes Wetter. Steigen Teschgasse, umsteigen zur Linie 94A. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klaigasse. Umsteigen zur Linie 23A in Richtung Wirrstetten am Heidgörkel. Für die Fachgäste eine Information, bitte hören Sie nicht auf die Ansagen, weil die sind wieder falsch. Der nächste Halt ist Neussling. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gute Morgen. Morgen. Achso, in wenig bezahlen Sie ja keine Fahrkarten, kaum Sie ja keine Fahrkarten genau. Gute Morgen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, eine Minute Verfröhung. ÖBB-Gartenanlage. 80, heizt hin! Aber ich mach den Bus jetzt doch noch eins leiser. Oder doch ziemlich lautes. Nicht da soll ich noch allen dann die Ohren wegfliegen. Das wünsche ich ja auch nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist niemand durchfahrt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt sind sie noch nicht ausgestiegen. Jetzt sind sie noch nicht ausgestiegen. Dann los, Ampel wird grün. 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 Diese Fahrt endet dort. Ampel wird grün. 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 Grün. Ampel wird grün. Grün. Ampel wird 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 grün.